Naja vor allem weil ich da halt überhaupt nicht reinpasse. Ja, der Chrissy ist etwas, ich nenn's mal voluminöser als ich, was nicht schwer ist weil ich bin ein Strich in der Landschaft. Also ich könnte seine Hose über ein Bein anziehen und das... Na super, dann kriegst du meine wahrscheinlich grad mal so über den kleinen C. Wahrscheinlich. Weil ich bin ja auch noch ein Strich in der Landschaft. Aber Kilian ist wenigstens ein Stück größer als ich. Was, du bist doch kleiner als Kilian? Ja, ich bin 1,69 groß. Ja, da bin ich mit meinem 1,75 neben ihm noch groß. Oder seh zumindest noch groß neben ihm aus. Aber gut, ich seh ja auch neben Bloody groß aus, wobei das jetzt auch nicht unbedingt zu schwer ist. Nein, das ist keine Kunst. Meine Mutter hat ja immer gesagt, er kommt sich hinter mir verstecken. Okay, wie groß bist du Nadine? 1,72. Achso, wie groß ist Bloody? Klein. Achso, oh, er ist kleiner als ich. Oh, Gott sei Dank. Ich hab Bloody schon im RL getroffen, der ist wirklich klein. Ja, ich auch, ich bin grad mal 4 cm größer als der. Deine Mutter so schön sagte, er ist ein Thüringer Würstchen. What is the fuck? Kommt er aus Thüringen? Ja. Thüringer Würstchen. Du... Bloody ist einer unserer Quoten-Ossis. Eilos? Wie viel haben wir da jetzt auch nicht mehr? Ich weiß nicht, ist Shadow noch da? Ich hab schon ewig nicht mehr eingeloggt. Aber wenn ich manchmal so rede. Ist eigentlich schon irgendwann mal wieder eine Ernte aufgetaucht? Nein. Wie ist bunt hier grad keine Ernte mehr? Komm, lass den Nadine auf den Sack gehen. Ey, jetzt bauen wir mal die Ernte, jetzt bauen wir mal die Ernte, jetzt bauen wir mal die Ernte. Ach, Classic-Zeiten. Vor dir ist wenigstens klar eine gespawnt, sogar zwei. Echt? Ja, sogar drei. Jetzt bauen sie wieder alle. Schalt euch, bevor der Sparten dahinter dran ist. Ey, ich bin schon dran. Anderen Sparten, wenn ich in Ruhe gehörte. Jetzt bauen sie alle. Siehste, kaum hab ich Nein gesagt für die Drecksinger anzuspawren. Jetzt fehlen wir noch zwei. Mir fehlt jetzt noch eine. Wir halten euch den Rücken frei. Noch eine. Komm, ich hab den abgeleckt. Ehe. Wo ist die letzte Ernte? Garo, hier noch dann weiter. Da ist eine, da ist eine. Bei mir ist eine, bei mir ist eine. Schnell, schnell, schnell. Meine, die hab ich abgeleckt. Das ist meine, die hab ich abgeleckt. Oh lol, er hört sogar auf. Ich. Nein, die ist leer. Oh man. Die müssten jetzt sowieso wieder nacheinander spawnen. Ja. Ja. Ja, in 10 Minuten oder so. Ja. Ich hab's, äh. Meine letzte. Da sind zwei. Drei. Meine vorletzte. So, hab alle. Ja, jetzt warten wir noch auf wen. Wer braucht noch alle? Wer braucht noch welche? Ich, mir fehlt eine. Oh, da ist noch eine. Alter, wie viel brauchst du noch? Hat er sich wieder genutet? Ich hab alle. Ja. Okay, dann können wir ja abgeben gehen. Uh, das gibt ein Level ab. Hm, würde ich jetzt. Herzlichen Glückwunschjäger. Du hast vier, vier Leute geholt. Ja, ich weiß. Das ist mein Job. Weißt du doch. Ich bin zu faul zum Selbstlaufen. Drei Leute, vier Leute rennen durchs Wasser. Der Paladin, der einzige Noble hier, geht über die Brücke. Du bist die Pussy in der Echo Brücke. Willst du schon den ganzen Lucy reinwaschen? Ach ja. Du musst halt alle am Hexer dranhängen. Ich geh mal eben zum. Ich geh mal eben zum, äh. Ah ja. Gibt's eh noch eine Quest zum Abgeben, wo man einen Brücken und einen Würfel bekommt. Ja, da gibt's einen schicken Umhang. Umhang wäre nicht schlecht. Ich hab noch keinen. Ah ja, Crow, hast schon eine Waffe? Nein. Wo bist du? Ich kämpfe die ganze Zeit mit dem, ähm, Giant Purple Dildos Ward. Ah, danke. Oh, du musst mal jetzt ganz hoch, oder? Mit dem blöden Turm hochlaufen wegen der Scheiß Traubenliste, oder? Oh, geil. Ich hab voll gemacht, dass mir grad ein Schwert gegeben hat. Ich hab jetzt ein besseres bekommen. Echt? Ja. Besseres sogar. Ja. Na dann. Doch gut. Ich hätte einen schlechteren Hammer bekommen. Der Hammer, den ich bekommen hätte, wäre schlechter als ein Weiser, äh, 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 wäre, ist, ist schlechter als ein grauer, was war das? Ein grauer Hammer. die heiligen kann ich noch nicht durch heil kann ich schon wegen der macht gibt der nahkampf oder allgemein angriffskraft wollte ich gerade nachlesen also den magier lehrer den haben sie echt überhaupt hingestellt sei froh dass du hier einen hastig hat er kriegt leider nur nahkampf gibt trotzdem ja ich muss hin und wieder mal im nahkampf gehen ich kann aber später nämlich dann segen der weisheit oder wenn du ihn dann irgendwann hast den blessing of kings ich muss mir aussuchen was ich nehme nehme ich jetzt den gürtel ja ich nehme den gürtel und umhang kriegst du später eh noch ich habe den umhang genommen er hatte schon ein gott das parieren ist jetzt finde ich sowieso jetzt finde ich sowieso ein gürtel als nächstes jetzt gehen wir in die mine oder und schlachten kobolde die rassisten weil die heilige ist gekauft war noch fast ein hexer ahja nur mal ein kleiner info ein kleines info für euch auf hier auf dem server gibt es einen world channel einfach mal slash join world eingeben da könnt das ist der allgemeingültige channel der hier überall funktioniert wird mir egal ach fuck da ist ja noch eine quest die ich jetzt total vergessen wieder wo ist der quest uh ein schicker stecken wo muss ich jetzt die traurig abgeben ich war gerade bei meinem trainer warum da gibt es irgendwo in der kathedrale eine treppe die die führt einmal aus komplett außenrum nach oben und dann naja die treppe kenne ich wollte nur wissen was ich nach oben machen wir jetzt den 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 gärg oder die hilfsarbeiter mir egal lass die gnome töten lasst die kobolde töten warten wir kurz auf nadine noch ich will aber keine kobolde töten ich will die gnome töten gnome haben wir keine in der gruppe aber da läuft der krieger wieder davon mensch wir brauchen einen gnome hexenmeister nein wir müssen auf nadine warten ah buff mal durch gut dann komme ich halb zurück ihr habt durchbufft alter buffen ach ja du kriegst ja auch noch mal ja 37 nahkampf angriffskraft wir haben einen schicken frostblitz gelernt frostbolt aber hey ich bin ein classic paladin äh ich bin ein classic krieger charge oh ich hab mein richter zu nehmen und ich hab die jetz zu nehmen die hilfsarbeiter brauchen wir das ist wenigstens eine killquest die geht schnell wtr außer wenn gerade eine gruppe da drin alles getötet hat der respawn geht einigermaßen also warum zöller eigentlich drei leute mit dem japanischen namen ja ja würde ich auch mal sagen weil wir es können weil ihr komisch seid warum wird denn ich charge in der wixer wo kommt das alt hm was ist alt ja ich hab auch verderbungs mit kraft zeit ja nix mehr mit instanz verteilen und so ne noch nicht noch nicht noch nicht ich geh mal davon aus dass du äfflich skillen willst dann ja ich weiß noch nicht mal gucken ich hab absolut keinen plan was ich skillen soll mit meinem magier ja frost macht am meisten Sinn naja frost macht am meisten Sinn wenn man alleine levelt hey man er ist nicht schön und machen hin und auf spätere raids auch mehr Sinn es gibt nur einen lich king oh hier ist ne kiste ha auch noch einen hilfsarbeiter na super zwei handachse und ich kann auch kein zweihänder tragen und das schild ja aber das schild ist ganz ok Waffenfertigkeiten einmal quer durch alle Hauptstädte gehen und alles lernen kostet 10 Silber das Stück ab Level 10 ich brauch noch einen Hilfsarbeiter wo sie denn hier hinten ist noch einer bei mir ja jetzt hab ich wieder diese netten Fehlermeldungen warum auch immer hm wieso gibst du mir diese Fehlermeldung von X-Pfahl hier hm warum nicht ich weiß es nicht so ich brauch mal ganz kurz mit einen Moment wüsste zufällig welchen ja 1 2 1 1 2 1 ähm ähm wie lange die März eigentlich schon auf? ich müsste ich mal nachschauen 48 Minuten ok also zwei Folgen haben wir schon mal ja wir sind jetzt gerade in der dritten dann je nachdem wie ich die schneide äh da würd ich sagen machen wir 20 Minuten Folgen und nach der dritten Folge machen wir erstmal einen kurzen Cut und dann geh ich rauchen wo ist sie uh Handschuhe schick schick also ihr kleinen Kinder Finger weg von Zigaretten ansonsten endet ihr wie wir und spielt Classic WoW ich bin nicht Raucher ich bin auch nicht Raucher ich bin ähm Wochenendraucher ja also wie wir wie Chrissy und ich also mehr Zeit stimmt da bin ich gesagt dass ihr damit einbezogen seid oh da drin ist noch eine Quest so n Garrick müssen wir jetzt noch machen ja kleinen Moment bitte ach ihr seid schon wieder ein Kibukku äh ich hab doch grad gesagt wartet mal einen Moment hört mir wieder mal keiner zu nee du weißt doch dir hört nie einer zu hörte immer doch mal zu oh ich muss mal Sachen verkaufen ich muss ja nämlich kurz was WoW neu starten ah das ist so schick wenn Feuerbälle ja einfach mal irgendeine Kurve herum fliegen Leute die graue Kette muss zu tun haben natürlich bessere Werte äh ich muss noch kurz hier reden euch da hat mich schon gesagt ach ja Garo ja mit dem nächsten Level ist das mit dem Mana Brauch Verbrauch äh Passiv dann krieg ich Adalas oh Alter hast du das gehört du kriegst was zu tun die Hexe kriegt Adalas na wie war das nochmal mit den Addons in Classic darf ich dir die Adon aufschneiden wie war das nochmal mit den Addons in Classic ähm wie was soll da gewesen sein in den Addon Ordner packen und fertig Kilian, Kilian, guck mich an ich bin ein Ninja hm hm wegen dem Schild oder was ja ja aber wie kann ich mir das anzeigen lassen jetzt als Addon welches hast du denn drauf gemacht Palifor äh keine Ahnung hab ich nie benutzt natürlich warum fragst du denn überhaupt wieso fragst du mich du hast das erstes gefragt wieso fragst du mich oh god oh god es hätte ja sein können dass er allgemein weiß wo man Addons findet das können wir nach der Aufnahme mal machen momentan hast du eh nur einen Segen also Kilian ich dachte du bist allwissend was ist da los allwissend bin ich nur ich doch er ist allwissend aber nur wenn er allwissend sein will Ja wie sie ich glaub bei mir als sie gestorben ist nochmal 3 Meter weiter nach vorne gerutscht Dann hast du Legs. Der Wichtel will für mich runter mitzeiht, kann ich den angreifen? Oh, schade jetzt nimmer. Ist jetzt zu lustig gewesen, den Wichtel kaputt zu machen. Der ist zu schneller tot gewesen, als der Liebes. Wo lauft der eigentlich hin? Bissen wir nicht nach links oder so? Nee, der Garrick Petford ist da hinten. Achso, wo ist... Achso, da hinten. Ja, wo er grad schon irgendwelchen anderen Leuten geklatscht wird. Genau. Und wir wieder auf dem Respawn warten dürfen. Na, super. Warum klatschen die schon wieder unseren Garrick? Der Klassiker. Und der Klassiker-Counter steht auf 1. Zumindest für dieses Let's Play. Aber hey Chrissy, lass, nachdem der Raiden war's heute, lass doch noch mal ein bisschen LOL spielen. Jaaaa, nee. Exakt, ey. Ich muss erst mal LOL aktualisieren lassen, wenn das LOL aktualisiert ist, schlafe ich. Alter. Echt jetzt? Ja, ich glaub... Warte mal heute ist Samstag, ne? Ja. Ah, gut, dann können wir im Robben mal ein bisschen spielen. Ja. Ich hab jetzt mal ein bisschen in Diablo 3 noch ein bisschen Waffen aufgewertet und hab danach festgestellt, dass ich die falsche Waffe aufgewertet habe. Ich brauch nämlich ein Schwert. Das ist traurig. Uh, da gibt's was zum Looten. Peinlich wäre es, wenn du dann als sowas wie Baba dir die ganze Zeit Zauberstäbe aufwertest. Ne? Das wär peinlich. Ne, ich hab nur meine ganzen, fast meine ganzen 800 Dinger dafür auf erwarten. Du hast wenigstens Materialien. Ey, wir haben ne Gruppe mit 3 Range DDs. Ja. Los, fällt uns mit Level 5. Ja. Fällen wir uns an. Ja, Clem, das ist so der Inhalt von deiner Aussage. Ja. Wir sind 3 Range DDs. Ja. Ja. Das ist genau wie das Video, was wir jetzt immer gesehen haben. Brauch' noch einen Krieger. Moment mal, ich bin Krieger. Ja. Der braucht aber ganz schön lang zum Respawn in Häuser, der Garrick. Warum kann uns nicht angerechnet werden, dass wir ihn eben schon mal gekillt haben? Warte mal, warte mal. Hm? Warte mal, warte mal. Warte mal. Hm? Egal. So, jetzt müsste irgendjemand mal wieder was erzählen, weil sonst wird's langweilig. Ich guck eh mal unter den Rock. Oh, Mann. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ja, wenn es so weitergeht, nehm ich jetzt gleich meinen DS und zock Pokémon Mystery Dungeon weiter. Cool. Ja, kannst du das auch grad aufnehmen, ne? Ja, wenn ich ne 3DS Capture Card hätte, würde ich das auch machen. Hm. Oh mein Gott, er ist da! Tötet ihn! Ach, Mann! Unterhalt vom Dach! Oh, lol. Das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Wir haben drei Minuten gewartet, um einen Mob zu töten, für den wir drei Sekunden gebraucht haben, um ihn zu töten oder so. Der Rest auch schon wieder respawned auf. Hm. Na, dann kämpfen wir uns mal wieder durch. Und das ist alles nur für irgendeinen Kopf, der nicht mal von Guldan ist. Ja, der Schädel des Guldan. Ja, ich sag ja, wenn's wenigstens Guldans Schädel wär. Mal schauen, vielleicht kann man den Linken ja wieder looten. Ja. Mir wäre ziemlich ungut, äh, um, ähm, zum Un, also mir wäre ziemlich unwohl, wenn ich wüsste, dass du einen Gegenstand hättest, mit dem mal eben die, mal eben die ganze Welt ausradieren kannst. Warum wäre der da ungut, wenn ich den hätte? Weiß ich nicht, weil aus irgendeinem Grund dann die Welt untergehen würde. Mir ist langweilig. Dann weg. Nein, das mach ich, das mach ich bevor mir langweilig wird. So, oh nee, jetzt glaub ich könnte mir langweilig werden. Ja. So. Ich hab alles erledigt, ich hab nur noch eins zu tun, danach langweilte ich mich eh nur noch. Guldans Schädel. Wuh.